Musik Hallo und herzlich willkommen zu What That Would Amtchen Es geht weiter mit dem Multiplayer Und wir befinden uns gerade immer in einem Showdown Ja der Charakter sieht gut aus Nicht wieder so ein Fettsack Komm 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 Schei Ach komm Alter was ist das Alter Wenigstens haben wir noch einen mitgenommen Warum bin ich immer in der Verlierer Mannschaft ey das gibt's euch nicht Was für ne Niete ey echt Ja diese Map kennt ihr ja schon ne also Ich habe ja schon mal ein Video gemacht über diese Map Das war aber im Gewitter glaube ich Ja Ach Wo seid ihr Wo seid ihr Ja auf uns wird schon geschossen Raum geht da hoch Rechts so einer Auf dem Radar hab ich ihn gesehen Was macht der da ey Schieß Go Ach Der zielt nicht mal ey das regt wieder einen auf wirklich Unten ist einer Komm Komm hoch Da ist er Hahaha Ja noch einer ist er Nein ich glaube nicht Wir gehen mal hier hoch und Schnappen wir uns direkt die Beste Position Warum jetzt gehe hoch man Ich glaube ich spinne ey echt Ganz nebenbei Ähm Keine Lynch 2 habe ich abgebrochen Da ich halt viele Nachrichten bekommen habe dass dieses Spiel nicht so Nicht so der Bruller sein soll Nicht so der Bruller sein soll Dann habe ich es einfach abgebrochen Und da sind die schon Komm Komm Haha Am Und ganz nebenbei am 21. Also diesen Monat kommt noch so ein Update für Red Dead Plansion, so ein DLC Ja und ich kann gerade nicht treffen Aber das ist abgeschaltet Äh jedenfalls dieser DLC ermöglicht Zum Beispiel Online Pokern Also im Free Mode In freiem Modus Man kann Online Pokern und Ähm Ja Pferderrennen wird es natürlich auch geben Und Es werden auch Charaktere vom Singleplayer übernommen Also für den Multiplayer Zum Beispiel kann man John Marston nehmen Im Multiplayer das ist Echt geil gemacht finde ich Und wie gesagt das kommt am 21. Und das wird Circa Ja denke ich mal 800 Points kosten Genau 800 Points Ja da war keiner Wo sind die ey Weg weg Ja da Ich bin Da war wohl noch da Untertitelung des ZDF, 2020 Boah, det är ett in Nice Bounce Alle Ampel stecken hier Das gibt's echt nicht Da oben war einer Komm, zeig dich Ach, komm, ey Wollt ihr mich verkohlen, ey, echt Komm, ach Ich weiß, ich raste gleich aus, ey Komm, ach, komm Komm, ach, komm Da oben ist er na Und kriegen wir Yeah Ich glaub, da oben muss er Ja, da ist er Der kriegt jetzt ne da Voll in die Phrase Ja, wir gehen im Schneckentempo Besten Gehen wir in Deckung Boah, habt ihr den Schatten gesehen Von diesem Geier Herrlich, ey Die Schatteneffekte sind Richtig geil umgesetzt In diesem Spiel Naja, das kennt man halt Von Rockstar Games Die machen ihre Arbeit richtig Nicht so wie andere Entwickler Komm Dich kriegen wir doch Da Ja Ja, von wo hat der Ach, guck mal da, ey Was ein Fehl, ey Echt Bullshit Spawn Point Ja So sieht's aus, mein Freund Das war auch echt scheiße Wo du mich hinten gespawnt haben Direkt neben ihm Wie man's bei Modern Warfare halt kennt Ist das auch Hier der Fall Nicht immer, aber Das war jetzt grad Oh, so Ist halt Zufallssache Bei diesem Spiel Ist jetzt nicht so direkt Es gibt so einen Armpoint Ach, Punkt Und B-Punkt Dass die Leute jetzt da gespawnt werden Wie bei Counter-Strike zum Beispiel Das ist nicht so Aber meistens werden die da gespawnt Wo die Teamkameraden sich befinden Komm, geh in Deckung Wir verstecken uns mal hinter diesem Baum Ich war doch in Ach, komm, ey Komm, beweg dich nicht Bleib stehen Crepier doch endlich, ey Ja, die nächste Ja, wir haben Gewonnen Schade, diesmal waren wir nicht Esser Aber egal Wie viel da sind wir Ja, wenigstens noch dort Ist auch okay Ja, das war's Wir sehen uns beim nächsten Mal Ciao Ciao